Ich habe hier ein ganz kurzes Video gefunden, Moini, von Leo, das heißt Kunst halt und ich habe da so Sneak Peek mäßig mal so durchgeskippt und ich fand, das war ganz cool aufgebaut, deswegen wollte ich das gerne mit euch gucken. Es geht auch nur sieben Minuten, ist eine ganz kurze Nummer, es hat mir aber so von der Aufmachung her gut gefallen, da dachte ich, wir gucken das einfach mal zusammen. Das machen wir jetzt auch, warte, hier sind wir richtig, sehr gut. Kunst, die Geldanlage der Reichen, der Zeitvertreib der Intellektuellen, die Visualisierung der Gefühlswelt. Kunst folgt keinen Regeln, die Möglichkeiten der Kunst sind grenzenlos. Wenn ich sage, dass das hier Kunst ist, dann ist es auch Kunst und du kannst nichts dagegen tun. Das stimmt. Mode ist so ein wildes Ding, Alter, manchmal, also natürlich gibt es ja diese Haute Couture und sowas und dann gibt es ja Sachen, die, also es gibt ja nur die, ich kenne mich mit den Begrifflichkeiten nicht so aus, deswegen lasse ich die lieber weg. Es gibt ja die Sachen, die nur für einen Laufsteg sind und Sachen, die tatsächlich getragen werden können. Ich finde das absolut wild. Ich finde das total crazy, was die Leute da manchmal mitmachen müssen, um die Sachen zu präsentieren. Grün auf Weiß. Kunst. 1,6 Millionen Dollar wert. Eine Leinwand. Kunst. Dein Bild aus der dritten Klasse. Kunst. Hey, aber sei ehrlich, das Bild aus der dritten Klasse ist geil. Ist ein Banger. Moneyboy Freestyle. Backe, backe Kuchen. Der Bäcker hat gerufen. Deine dumme Mutter will mit mir gemeinsam duschen. Tja. Der ist schlecht. Okay, das ist wirklich Kunst. Eine Minecraft Skulptur. Kunst. Dein Affe aus dem Internet. Kunst. Das habe ich nie verstanden. Diese, ähm, ach wie ist es, Ape irgendwas, Yacht. Nee, ich kriege es nicht hin. Wie man so schön sagt, Kunst liegt im Auge des Betrachters. Es gibt allerdings einige Künstler, die wohl irgendwie einen, ja, sehr eigenen Draht zur künstlerischen Entfaltung haben. Das oder sie stehen unter massivem Drogeneinfluss. Naja. Es ist der 24. Juli 1995. Der Reichstag versteckt sich unter Aluminium bedampften Polypropylengewebe. Kurz gesagt, Plastik. Die Planung dieses... Oh Gott, was eine Umweltverschmutzung. ...künstlerischen Meisterwerks startete vor 24 Jahren. Ich glaube, das ist von Kles Oldenburg. Das war so ein Verpackungskünstler, der hat das mit seiner Frau gemacht. Es gibt auch einige, äh, so, es gibt ja immer so Kunstszene-Gossip. Und da habe ich von einer, von einer ehemaligen Professorin von mir, ich habe nicht lange studiert, nur sechs Wochen, danach habe ich abgebrochen, also habe ich nicht viel mitbekommen. Aber die hat erzählt, dass Kles Oldenburg sehr umtriebig war und ein Verhältnis mit einer feministischen Künstlerin hatte, die dann auch ein Sextape abgespielt hat. Wenn ich das jetzt nicht verwechsel, vielleicht war es auch ein anderer Verpackungskünstler. Ich habe einfach, ich habe, I spit the tea einfach. Es brauchte 24 Jahre, um eine riesige Kunststofffolie zu planen. Zum Vergleich, die Ägypter haben 20 Jahre gebraucht, um die Cheops-Pyramide zu bauen. Nur 20 Jahre? Ich dachte, das wäre viel länger. Wie lange brauchst du für diese Pyramide? Warte kurz. Die Intention des Künstlers Christo war es, die Freiheit der Kunst darzustellen. Ah, nee, es war Christo. Was habe ich gesagt? Er selbst sagte dazu, niemand kann diese Projekte kaufen. Okay, ich nehme das zurück. Das war, ich habe, glaube ich, was sehr durcheinandergebracht. Kles Oldenburg war was ganz anderes. Ich nehme alles zurück, löscht dieses Video, ich habe eure Zeit komplett verschwendet. Vier Minuten, kannst du in die Tonne kloppen. Niemand sie besitzen, niemand kommerzialisieren, niemand kann Eintritt für ihre Besichtigung verlangen. Nicht einmal uns gehören diese Werke. Unser Werk handelt von Freiheit, und Freiheit ist der Feind allen Besitzanspruchs. Und Besitz ist gleich bedeutend mit Dauer. Darum kann das Werk nicht dauern. Wenig später vertrieb ein Postkartenverlag in Berlin Bilder mit eben dem verhüllten Reichstag drauf, und Christo reichte Klage ein. Er bekam schließlich auch Recht. Ohne die Erlaubnis von ihm dürfen die Postkarten nicht mehr vertrieben werden. Ich denke, es gehört keinem. Was irgendwie komisch ist, denn laut Christo selbst gehört ihm das Kunstwerk ja gar nicht. Nicht einmal uns gehören diese Werke. Naja, wie auch immer. Das Projekt hat immerhin für Ries... Na, wenn es um viel Geld geht, dann gehört es dir halt doch. Verstehe ich schon. Aber erst so eine Rede schwingen und dann die Rechte einklagen. I don't know. ...internationales Aufsehen gesorgt und viele Menschen begeistert. Ach so, und Christo scheint darauf zu stehen, sehr große Sachen in Kunststoff einzupacken. Aber warum Kunststoff? 95, da wussten die Leute noch nicht, dass Umwelt blöd, also dass Umweltverschmutzung blöd ist, ne? Doof. Er hat diese Inseln mit Kunststofffolie ummantelt, dann hat er mal ein Küstenteil eingewickelt. Ich muss jetzt doch mal googeln, ob der und die Tante das waren. Äh... Nee, es war ein anderer. Ich geb's zu. Hab mich komplett... Komplett geirrt, glaube ich. Wann ist die geboren und wie alt war die? 74? Nee. Ach man, warum hat die... Da hat die ein Wikipedia-Eintrag. 93... Oh, vielleicht war es es dann doch. Vielleicht waren es doch die beiden. Christo. Christo, 1935. 1940. Vielleicht waren es doch die beiden. I don't know. Auf jeden Fall war der Name, den ich vorhin gesagt hab, falsch. Weil der Klesi Basi war jemand anderes. Ah Mann, jetzt fühl ich mich ein bisschen... Ah, der war Bildhauer. Ich hab alles falsch gesagt. Klesi Basi, tut mir leid. Ich hab dich verwechselt, weil ich ein Noob bin. Ein Idiot. Tut mir leid. So, wir können weitermachen. Diese Brücke hat er zugedeckt und hier hat er ein paar Bäume eingepackt. Warum? Ich lasse hier jetzt einfach mal philosophisch und frei... Also, nicht warum er das tut, sondern warum Plastik? Warum? Inwiefern knapp 900.000 Quadratmeter Kunststofffolie sich auf die Umwelt auswirken. Ist so. Wenn also auch du nicht weißt, was du mit deinem Leben anfangen sollst, geh in den nächsten Supermarkt und kauf den kompletten Bestand an Alufolie auf und überleg dir dann, was auch immer du damit einhüllst. Falls dir das zu aufwendig ist, kannst du es dir auch einfacher machen. 2019 hat der italienische Künstler Maurizio Cattelan auf einer Kunstmesse in Miami eine mit Panzertape befestigte Banane ausgestellt. Das war Aktionskunst. Bitte sag was Sinnvolles da drüber. Das Kunstwerk wurde für 120.000 Dollar verhökert und da Maurizio eingepackt... Ich dachte 250.000 wären es gewesen. Ich liege bei so vielen Sachen falsch. Merkt euch das. Trollas aus dem Internet haben nie recht. Merkt euch das. Ich bin ein gutes Beispiel dafür. Geschäftsmann ist, hat er die Mühe auf sich genommen und direkt drei Bananen-Kunstwerke entworfen. Banger. Also 360.000 Dollar für drei Bananen, die wahrscheinlich schon am Ende der Kunstmesse braun und vergammelt waren. Auch hier gab es wieder einen Rechtsstreit, weil zuvor schon mal jemand eine Banane mit Panzertape an einer Wand befestigt hatte. Oha. Maurizio Cattelan ist aber auch für weitere, etwas denkwürdigere Kunstwerke verantwortlich. Er entwarf zum Beispiel eine Skulptur von Hitler. Wie er betet. Ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe. Gruselig. Und er ist ungefähr so groß wie ein Kind. Naja. Er hat dafür... Wirklich gruselig. Aber also... Ui. Da ich komme mit so Hitler-Krams eh nicht so... Also alles so aus dieser NS-Zeit. Ich kriege da richtig Beklemmungen. Ich kann das überhaupt nicht. Das macht mich immer fertig, das Thema. Und das mir... 17,2 Millionen Dollar bekommen. 17,2 Millionen. Für diese goldene Toilette ist er auch verantwortlich. Geil. Die wurde allerdings bei einer Kunstausstellung gestohlen und ist seitdem verschollen. Vermutlich wurde sie eingeschmolzen. Oder jemand wollte... Ihr Mensch, du bist der Typ, der das goldene Klo geklaut hat. Ich würde das auf jeder Familienfeier erzählen. Guck mal. Ja, der Onkel Larry da drüben. Der hat damals das Klo mit mir geklaut. Das war unser drittes Date. Da sind wir zusammen einfach ein Klo klauen gegangen. Das macht man damals so. Wir waren da auf einer Kunstausstellung. Tja. Ich habe auch mal was auf einer Kunstausstellung geklaut. Aber... War das eine Katze? Nein. Da hing... Ich weiß gar nicht mehr, wie die Ausstellung hieß. Ich möchte auch lieber nicht sagen, wo das ist. Weil das ist noch nicht verjährt. Das war auch gar nicht schlimm. Eigentlich. Aber ich habe halt Kunst kaputt gemacht. Also schon ein Wichser-Move einfach. Richtig, richtiger Huren-Move. Das waren so Abziehblätter wie in einer Damentoilette. Diese Handtuchspender. Und da konntest du so Kalenderblätter rausziehen. Da waren halt diese Papiertücher bedruckt mit Zahlen und Tagen. Alles fiktiv natürlich. Aber ich wollte da unbedingt eins haben. Und dann habe ich in meinem jugendlichen Leichtsinn eins mitgenommen. Beziehungsweise mein damaliger Freund hat eins rausgezogen und hat gesagt, behalt's. Und ich dachte nur, äh. Wow. Das ist so krass. Und dann habe ich es ganz schnell eingesteckt und behalten. Ich habe es immer noch. Aber macht sowas nicht. Das ist dumm, scheiße und gemein. So. Einfach eine verdammt schicke Toilette haben. Bei der gleichen Kunstausstellung wurde auch Papst Johannes Paul II. ausgestellt, wie er von einem Meteoriten getroffen wird. Lieb ich. Was ist das? Wenn wir zurück ins Jahr 1974 reisen, stoßen wir auf ein Kunstwerk von Judy Chicago. Zu sehen ist ein großer dreieckiger Tisch mit Tischdecke und 39 Gedecken darauf. Und jedes Gedeck stellt eine Vagina dar. Es wird noch etwas spezifischer. Die Vaginas sind nämlich einzelnen bedeutenden Frauen der Geschichte zugeordnet. Oh Gott, ich liebe das. Okay, es soll ein feministisches Kunstwerk sein, deswegen Vaginas, weil weiblich und bedeutende Frauen, weil auch weiblich. Jede Seite des dreieckigen Tisches hat 13 Gedecke, weil beim letzten Abendmahl auch 13 Personen anwesend waren. Allerdings 13 Männer. Was irgendwie aber zum Nachdenken anregt, ist die Erstellung von The Dinner Party. Jodie sitzt an ihrem Schreibtisch und plant ihr neues Kunstwerk und denkt ernsthaft seriös darüber nach, wie sahen wohl die Vaginas von denen für sie am bedeutendsten Vorfahren aus. Ich wage zu bezweifeln, dass sie wirklich überlegt hat, wie die Vaginas aussahen und sich dann dazu entschieden hat, Tischservietten in kleine Rosetten, also in kleine Röschen zu falten. Es war wahrscheinlich einfach die Überlegung, wie kann ich möglichst unterschiedlich Vulven darstellen, damit es nicht so eintönig aussieht und die Komplexität und Diversität von der Optik einer Vulva dargestellt werden kann. Das ist wohl eher. Das ist quasi so, als ob ich mir Gedanken darüber machen würde, wie groß denn das Glied von Darth Vader ist und ob seins größer ist als das von Luke. Ich hab so einen großen Jahre. Das Kunstwerk soll auf die nicht beachteten Leistungen von Frauen der Geschichte aufmerksam machen. Es ist also nicht unbedingt schlechte Kunst, sondern halt einfach ein bisschen merkwürdig. Na, man versteht's halt nicht sofort. Also, die Frauen werden ja oft auf das reduziert, was offensichtlich ist und das ist dann in dem Fall halt die Vulva, beziehungsweise ihr Geschlecht. Da wird man degradiert und reduziert, sexualisiert und, und, und. Dass aber die eigentliche Tat oder das eigentliche Vollbrachte dabei in Hintergrund gerät, das vergessen halt viele oder übersieht man leicht. Und deswegen, oder gehe ich davon aus, weiß nicht, ich kannte das Kunstwerk bis gerade nicht mal, Aber deswegen wird wahrscheinlich etwas serviert, was sehr offensichtlich und sehr alltäglich ist, nämlich diese Weiblichkeit. Aber es ist die Frau dahinter, die, ja, die ist halt nur im Hintergrund, ne, die wird wenig wahrgenommen. Die wird nur auf das reduziert, wofür sie greifbar ist, die, die Existenz ihrer Vulva. So funktioniert das leider gesellschaftlich oft. Ich hoffe nicht mehr in so vielen Bereichen so doll, aber leider oft. Ein Gemälde, was besonders für Diskussionsbedarf gesorgt hat, ist das hier. Erstmal nicht viel Verwerfliches zu erkennen, Jesus am Kreuz halt. Um ihn herum rot. Ist er vielleicht in der Hölle? Nein. Der Name des Werkes lautet Biskust. Aber wieso? Das Bild basiert auf einem Foto, welches anschließend mit Acryl übermalt wurde. Für das Foto hat sich der Künstler Andreas Serrano aber was ganz Besonderes ausgedacht. Er hat ein Glas genommen, reingepisst und dann Jesus darin versenkt. Man kann sich vielleicht denken, dass das nicht bei jedem so gut angekommen ist. 2011 wurde es mit einem Hammer beschädigt. Die Spuren sind noch... Also ich muss gestehen, ich finde Kunst, die die Kirche so ein bisschen anpisst und diskreditiert und sowas, gut. Das ist eine Institution, die einfach so niederträchtig und scheiße und dumm ist. In nahezu allen Glaubensrichtungen, alles, sobald es eine Institution gibt, die den Glauben irgendwie verwaltet oder organisiert, kannst du damit rechnen. Es sind einfach nur richtige Hurenböcke da an der Macht, die einfach nur scheiße sind und Geld wollen. Und so ist es mit der Kirche halt auch. Guck doch, was sie so treiben. Das machen die eigentlich erst seit gestern. Es ist ja nicht so, dass sie sich letzte Woche am Stammtisch getroffen haben und dann beschlossen haben, sie werden einfach alle richtig ehrenlose kleine Dackel. Deswegen finde ich das immer ganz gut, wenn es Künstler gibt, die damit spielen. Ich habe ein T-Shirt gemacht, also jetzt nicht, weil ich so cool bin oder so. Da hat der Papst Sushi vor den Augen. Das ist jetzt nicht unbedingt ein vollgepisster Jesus, aber es sollte auch schon ein kleines Statement sein. Immer zu sehen. In Australien und in Schweden wurden andere Versionen des Bildes zerstört. Außerdem fanden wochenlange Protestmärsche statt. Wie dumm. Wie auch immer, sein Kunstpreis hat das Ding trotzdem gewonnen. Ist eine Banane wirklich Kunst, nur weil der Typ, der sie mit Klebeband an der Wand befestigt hat, ein Künstler ist? Ist alles, was er macht, Kunst? Was hätten die Leute gedacht, wenn man den Reichstag eingehüllt hätte, ohne zu sagen, dass es Kunst ist? Wahrscheinlich hätte man gedacht, er wird renoviert oder so. Ist so. The Dinner Party, okay, von mir aus Kunst. Die Entstehung, vielleicht ein bisschen weird. Jesus in Urin getränkt. Jetzt lasst eure Meinung zum Video da und verfolgt mein künstlerisches Dasein auf YouTube. Ja, okay, das mochte ich. Ich glaube, das mit dem Philosophie-Ding möchte ich mir auch angucken, aber nicht jetzt. So, das war also auf jeden Fall eine sehr kurze Reaction, aber ich fand das ganz gut, das Video. Mag ich. Seht ihr gar nicht, ne? Jetzt mag ich es hier. Guck. 191. 921 Abonnenten, der arme Kerl. Dabei gibt er sich so viel Mühe mit seinen Themes. Finde ich gut. Danke, Leo. So, also fand ich gut das Video, habe ich gesagt. Hat mir gefallen. Ich finde es schön, wenn man Kunst so ein bisschen anguckt und dann auseinander nimmt. Warum auch nicht, ne? Ja, dass das komisch für andere Leute rüberkommt, wenn jemand Vulven auf Teller legt. Die Leute reagieren ja auch immer komisch, wenn ich Vulven in Obst male. Man hat sich halt so noch nicht mit dem Thema beschäftigt. Es wäre ja auch schlimm, wenn Kunst das nicht machen würde. Aufregen, beschäftigen, Diskussionen aufwerfen. Dann wäre es ja langweilig. Es wäre ja furchtbar. Ich dachte aber, die Banane wäre viel teurer gewesen. Ich hatte ja irgendwo auch mal 2,5 Millionen im Kopf gehabt. Aber das war wahrscheinlich auf der dummen Seite meines Kopfes. Die hat heute eh irgendwie Oberhand. Also, ich wünsche euch viel Spaß. Tschüss. 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 Tschüss.